Mh, was geht ab Freunde und willkommen zu einem kleinen Info-Part. Wie ihr alle wisst, Info-Parts heißen bei mir Schlechtes und Probleme, über die ich reden muss. Aber es soll nicht nur etwas Schlechtes geben, nein, es gibt auch gute Sachen zu berichten, die eventuell und teilweise auf den Schlechten basieren. Und um das Ganze zu untermalen, nehmen wir hier Plantera mal zur Auswahl. Ein kleines Spielchen, was ich so zwischendurch mal spiele. Äh, schon recht weit bin. Ja, erfolgreich, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Ähm, ja, Plantera erstmal ganz kurz zum Spiel. Äh, kleines Aufbau-Farming-Spiel. Halt, nichts Großes. Dudududududu, ich hab halt schon eine ganze Menge. Ich kann ja mal kurz durchscoren. So, und nun zu den Problemen. Ich hab heute mega Kopfschmerzen, mir geht's echt nicht gut, deswegen kurz dieses Info-Video. Also heute an dem Tag, wo ich's aufnehme, also sprich, einen Tag bevor's rauskam. Äh, das heißt, also es kommt kein Hitman. Schlechte Nachricht Nummer eins, gute Nachricht ist, Ich habe mir am Wochenende PC-Equipment besorgt, für meinen Laptop und für meinen PC. Und zwar einen Intel Xeon E3 Quad-Core und ein Size Grama, äh, Grand Karma Cross 3 Top-Low-Lüfter. Das heißt also, ich werde bald einen Vierkerner besitzen. Und das heißt, es gibt bessere Videoqualität. Und mit nem Vierkerner bin ich in der Lage, wahrscheinlich zu streamen. Ohne, dass es jetzt wieder so übertrieben laggt und ruckelt. Also jedenfalls beim Record und Übertragen. Ähm, das heißt auch, dass ich mit OBS Desktop-Aufnahmen machen kann. Was heißt, dass ich auch Speedpaintings machen könnte. Aber wie sich das verhält, das weiß ich noch nicht. Da muss ich schauen, wie ich das machen kann. Weil Speedpaintings sind ein kleines Problem. Da brauche ich locker zwei, drei Wochen allein fürs Aufnehmen. Und dann fürs Schneiden, Rändern wird's wahrscheinlich nochmal drei Tage locker dauern. Also, verlasst euch da nicht auf viel. Aber das heißt halt, ich kann euch bald auch bessere und flüssigere Videoqualität liefern. Ist also auf jeden Fall ein Vorteil dafür, dass heute mir hinausfällt. Das, äh, ja, tut mir sehr leid. Aber es gibt's halt, es kann halt nichts dran ändern. So, ähm, die nächste schlechte Nachricht ist, mein Laptop macht's gerade nicht mehr. Zur Zeit hat er ein kleines Problem mit dem Lüfter anscheinend. Ähm, aber das Gute ist, wie ich schon gesagt hab, ich hab auch was für mein Laptop bestellt. Das kommt im Laufe zwischen dem 8. und 12. an. Und, ähm, das sollte ich dann einbauen. Und das heißt, er wird zur Gamescom wieder laufen. Oh, das ist ein Rienkäfer. Ähm, so oder so, er wird definitiv laufen, weil das Zustelldatum ist halt 8. bis 12. 8. und, ähm, ja. Ja, die Gamescom ist erst, wir fahren erst am 17. los. Also, ganz easy. Ich muss dann halt nur noch alle Sachen installieren und so weiter. Und, ja. Also ist das auch kein großes Problem. Wie ihr seht, die Probleme sind alle in der Hand. Alle angegangen und werden bald behoben sein. Und es gibt bald bessere Videos von mir. Und, ja, ähm, Minecraft-Aufnahme ist am 2.8. und am 4.8. mit Man of the World. Geht's endlich wieder los. Ähm, ich werd mit aufnehmen. Wenn ich kann, beide. Und auch möglichst zügig die beiden Videos dann raushauen. Ähm, soviel zu den Infos dazu. Und, ja. Ich hoffe, ihr habt Verständnis von meiner Situation. Und, äh, ja, das war's auch schon wieder dafür. Dieses Spiel hier ist übrigens recht billig. Ich weiß gar nicht, ich glaub 5 Euro maximal. Ähm, und ist ein sehr cooles Spiel. Also ich hab etliche Stunden schon damit verbracht. Bin auch Level 83. Also, es ist, ja. Mal kurz hier zum Durchscrollen. Da habt ihr mal alles gesehen, so. Bla. Ich werd nicht näher aufs Spiel eingehen. Ähm, ja. Wie gesagt, tut mir leid. Ihr wisst, was bald kommt. Und, ja. Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Peace out, euer Kunsteplay. Ciao.